So, dann kommt man heute zur Abwechslung in einem Auswanderungsvideo. Ich habe das meistens irgendwie so ein bisschen in Fly-Fideos verpackt, weil ich halt irgendwie auch ein bisschen Themen brauchte und ich bin halt jetzt keiner, der irgendwie gerade super viel erlebt, dass halt die Fly-Fideos dann halt mit irgendwie interessanten Gaming-Geschichten halt gefüllt werden. Naja, auf jeden Fall, ich plane schon seit, also für alle, die jetzt mich noch nicht kennen, vielleicht halt irgendwie neu auf den Kanal gekommen sind, ich plane schon seit ein bisschen länger das Auswandern, beziehungsweise mit meiner Familie. Roundabout-Zeit, ja gut, ich sage jetzt mal Januar 2024, das stand allerdings schon seit Ewigkeiten im Raum. Früher ein bisschen mehr, dann halt immer so ein bisschen latent, also Unterschwelligkeit. Ja, da hatten wir dann einfach mal so Ideen, also ich wohne aktuell da unten, heute machen wir vielleicht mal so irgendwie Nordsee, Ostsee oder halt vielleicht auch Österreich und so. Und ja, ich habe jetzt auf alle Fälle mal eine Map gemacht, also die Map habe nicht ich gemacht, die habe ich irgendwo rauskopiert, mal Vorlagenseite.de. Und naja, ich meine, ich bin am Überlegen, in welche Richtung macht das Ganze überhaupt Sinn auszuwandern. Und das Ding, für lange Zeit war jetzt eigentlich Österreich, Österreich ist besser als Deutschland, aber das ist nicht ganz so einfach. Das Problem ist, Österreich ist auch an einer rasenden Geschwindigkeit dabei, sich genauso wie Deutschland halt selbst zu zerlegen. Und mit selbst zu zerlegen meine ich jetzt eben nicht aus der Sicht von einem Bürgerempfänger, sondern aus der Sicht von jemandem, der von Krypto lebt und ein Unternehmen aufbauen will. Und da ist einfach Deutschland heutzutage komplett raus. Im Prinzip muss man fast schon sagen, so ganz Europa ist eigentlich raus. Es gab auch mal Leute, die gesagt haben, Europa ist der lose Kontinent in unserer aktuellen Zeit. Und Unternehmen halt, die in Europa sich gründen, die haben schlechte Karten. Und es gibt natürlich auch viele, ich sag jetzt mal, Beweise in Anführungsstrichen dafür, indem man sich zum Beispiel einfach mal anschaut, die deutschen DAX-Unternehmen. Von den deutschen DAX-Unternehmen sind fast alle, ich glaube bis auf ein oder zwei, und auch diese ein oder zwei sind eher so ein bisschen Ausnahmen, sind alle vor 50 Jahren oder vor längerer Zeit gegründet worden. Das heißt, es gibt halt eigentlich gar keine Unternehmen mehr in Deutschland, die halt irgendwie gerade so im Kommen sind, die halt irgendwie, also du hast einfach diesen festen Bestand, du hast halt BMW, du hast Audi, äh VW, du hast irgendwie, was weiß ich, BASF und so. Aber du hast ja einfach keine neuen Unternehmen, die es halt wirklich noch hoch schaffen. Und es ist nicht nur so, dass man sagt, so ja, die kommen halt nur nicht in den Top 30, sondern, also Kleinunternehmen wird es extrem schwer gemacht. Ich kann auch mal den Kanal Nordwoller empfehlen. Der Typ teilt einfach so seine Erfahrungen als Unternehmer in Deutschland. Und man kann sich eigentlich gar nicht mehr ausdenken, was da alles passiert. Man denkt sich so, okay, nach ein paar Monaten muss doch einfach irgendwie alles mal so erledigt sein. Aber es geht Jahre über Jahre über Jahre. Der wird halt einfach nur fertig gemacht, der Typ. Und das berichten halt einfach unzählige Unternehmer in Deutschland. Also es ist halt eben jetzt da keine Ausnahme, das ist so, sondern es ist halt wirklich die Regel einfach. Hier zum Beispiel haben wir mal so das Ding hier. Ja, da geht es halt um alles Mögliche. Die Treppen sind so instabil. Oder die Stahlträger sind nicht für Produktionsgebäude oder für Unternehmen zugelassen. Die sind nur für Ställe zugelassen. Und ja, also es ist wirklich, es ist verrückt. Also man kann sich ja, also hier zum Beispiel, weil damals dieses bekannte Ding aus dem NDR, wo der einfach schon sich so die Seele aus dem Leib geschrien hat, wo er sich halt einfach, ja, beschwert hat, was ja einfach für eine Scheiße halt abgeht und so. Also dem Typen wurden halt tausende, Millionen Steine in den Weg gelegt. Von Anfang bis heute noch. Also es geht halt wirklich schon seit, ich weiß es gar nicht mehr. Es wurde vor drei Jahren geuploadet, ich weiß nicht, 2021 genau. Also seit dreieinhalb Jahren ist das Ganze quasi jetzt schon ein Thema bei ihm. Und er steckt halt wirklich da mega viel Zeit und mega viel Geld rein. Also es geht halt schon in die Millionen. Und dem Typen wird halt effektiv von staatlicher oder von behördlicher Seite halt wirklich alles kaputt gemacht. Und ja, ich meine, man sieht es halt so, es sind diese Kleinigkeiten. Also da spricht man davon, ja, das Ding könnte er reißen so. Das sind halt so Sachen, es ist halt sogar irgendwie zertifiziert für so und so, für so und solche Gebäude, für so und so viel Gewicht und so. Es ist halt in jedem anderen Land der Welt hättest du diese Probleme halt nicht. Aber du hast sie in Deutschland. Und ja, es sind tausend Sachen einfach. Oder dann wurde er zum Beispiel Asbest entsorgen, dann hätte er erst irgendeine staatliche Schulung machen müssen, damit er das Asbest entsorgen darf. Also es ist wirklich, man kann es sich nicht ausdenken. Also es ist verrückt. Es ist halt wirklich verrückt. Ich meine, klar, man kann sagen, ja, hier und da gibt es vielleicht irgendwie so Gründe, warum man das macht und so. Aber wirklich in diesem Ausmaß und dann halt mit diesem, also in so ideologisierter Weise, wie das Ganze da halt eben abläuft. Es ist halt, es ist halt, also, ja, genau. Und theoretisch muss er eigentlich auch schon schließen, also sein Unternehmen schließen, irgendwie eine Nutzungsuntersagen und so weiter, hat er halt ignoriert, weil es halt, also sonst ist er halt. Ich meine, Habe, ich würde sagen, er ist nicht insolvent, er produziert noch nicht mehr, aber jeder, der es halt besser weiß, weiß halt, okay, ein Unternehmen, was nicht produziert, ist halt insolvent, geht insolvent. Naja, auf jeden Fall, ich muss hier dringend raus und das Ding ist auch wirklich so, man merkt es einfach, je länger man in diesem Land lebt, desto verbitterter wird man, desto trauriger wird man, desto, ich meine, schau mal her, überleg mal, wie man geboren wird. Man wird als Kind geboren, man ist fröhlich, man freut sich über jeden Tag, alles macht Spaß und je länger du in diesem Land lebst, desto, desto, mehr geht einfach die Lebensfreude weg, dass du, also, ich will hier nicht bleiben, ich kann nicht bleiben. Das hat zum einen, wie gesagt, das Ding Krypto, Nummer eins, Nummer zwei, Unternehmertum, beziehungsweise Selbstständigkeit und Nummer drei einfach auch die, ja, die Lebensfreude, die ist ja einfach nicht da. Also, diese drei Punkte sind eigentlich so für mich persönlich die größten Faktoren, warum ich sage, okay, ich will auswandern. Es gibt natürlich noch eine Menge mehr, ich habe noch ein Video gemacht mit, ich glaube, 22 Gründen, warum ich aus Deutschland auswandern will und nie wieder zurückkommen will. Da gibt es natürlich noch ein Thema, Kriminalität, Migration, in Anführungsstrichen Demokratie, da gab es Corona, da gab es, es gibt tausende Themen, man könnte hier Stunden, man könnte hier Tage verbringen. Aber gut, sieben Minuten reichen jetzt erstmal zu den Gründen. Das war jetzt erstmal wichtig. Die nächsten Punkte sind dann erstmal, wohin? Ich denke mal, es ist relativ offensichtlich, X in Rot ist Nein. Ähm, Russland fällt raus, Weißrussland, Ukraine. Ähm, Orange ist halt so, eigentlich nicht, aber ich will es nicht komplett irgendwie, äh, ausschließen. Aber da habe ich halt einfach auch noch nicht viel, äh, zu gelesen. Ähm, ich meine, da kommen halt erstmal so diese nordischen Länder, ja, ist es auch EU, zumindest zum Großteil, bis auf Norwegen. Ähm, aber sie haben halt zumindest den dritten Punkt, ein Leben dort, was halt wirklich lebenswert ist, ein Unternehmertum, was zumindest je nach Land besser ist. Und, gut, Steuern hast du halt eben auch, und das ist halt auch ein ganz großer Punkt für mich, das ist vielleicht der vierte Punkt, den ich hier aufzählen muss. Steuern sind ein großes Thema. Und auch zum Thema Krypto, also Österreich zum Beispiel, um jetzt mal hier zu bleiben. Ich wollte nach Österreich, das Problem ist, in Deutschland zahlst du normalerweise 25% Steuern. Wenn du allerdings länger als ein Jahr deine Kryptowährung hältst und nicht verkaufst, oder halt erst nach einem Jahr verkaufst, sind sie mit 0%, also, weil das wird nicht besteuert. In Österreich zahlst du halt immer 27% Steuern. Ähm, ich bin in Krypto mittlerweile relativ stark vertreten, ähm, um euch mal so ein grobes Beispiel zu geben. Ähm, so 76% der Trader verlieren durch Krypto-Geld, rein statistisch. Ähm, dann gibt es noch so 10 bis 20%, die halt so kleine, mittlere Gewinne machen. Das heißt halt irgendwie so zwischen 10% gewinnen und 30, 40% gewinnen. Ähm, und ich kann jetzt sagen, ich bin halt einer der oberen, roundabout 1%, würde ich mal sagen. Ähm, ich kann mittlerweile, nach über sieben Jahren, probieren, in Anführungsstrichen, ähm, äh, relativ verlässlich meine 80, 90, 100% Gewinn einfahren mit jeder, in jeder Krypto-Season. Ist auch gar keine, äh, Magie, was ich da mache. Ich kaufe es billig ein und verkaufe es, weil es teuer ist. Ja, also, wenn die Omis und so wieder alle sagen, so, oh, hier, Krypto hast du schon gehört und auch im Fernsehen läuft es und so, dann sage ich, okay, gut, jetzt ist Zeit zu verkaufen. Und wenn alle sagen, so, wenn da dieses Blutbad wieder herrscht und alle sagen, so, oh mein Gott, ich kriege mein Krypto nicht mehr los, Krypto geht auf, Bitcoin geht auf Null und so, dann halt einfach einkaufen. Also, ich will nicht sagen, dass ihr es machen sollt und so, ich sage nur, so ist es, so mache es ich. Und ich kann sagen, für mich 80 bis 100% Gewinn jede Krypto-Season, ideal, perfekt, so, super, alles, alles top. Ähm, und ich brauche ein Land auf alle Fälle, wo das halt funktioniert. Ich kann Krypton ein Jahr halten, weil ich halt einfach kein Daytrader bin. Ich kaufe einmal und verkaufe dann irgendwie nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren oder so wieder, je nachdem, wie lange es dem dann dauert, bis die Krypto-Season wieder losgeht. Alles top. In Deutschland, top, 0% Steuern, ideal. Ähm, Österreich immer, in jedem Fall, 27 oder 28% Steuern. Ähm, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, angenommen, ihr macht irgendwie, was weiß ich, 10.000 Euro Gewinn, direkt mal 2.800 Euro Steuern. Ist irre. Ist wirklich komplett geisteskrank. Ähm, ja, das will ich halt nicht. Also, das Ding ist, äh, ich handel halt einfach auch mit immer mehr Werten, beziehungsweise mit immer höheren Werten. Ähm, das heißt, wenn ich 2020 mit 2.000 Euro gehandelt habe, dann habe ich es vielleicht verdoppelt zu 4.000, dann sind es 8.000 geworden, dann 16.000 und irgendwann sind es halt 2.000, 300, 400.000 oder so. Und ich denke, ihr merkt, dann werden halt 28% Steuern mit der Zeit immer und immer bitterer irgendwie. Ähm, und ja, es ist halt auch nicht gerechtfertigt in meinen Augen. Ähm, also wenn man halt irgendwie, ich weiß, es ist ein bisschen, ähm, kontrovers, aber wenn man halt mal so denkt, so, warum zahlt man halt irgendwie, z.B. eine Kfz-Steuer? Ja, okay, du nutzt die Straßen, so, okay, du hast halt einen Gegenwert, du kriegst Straßen dafür. Warum zahlst du die Krankenkassenbeiträge? Okay, du kriegst eine Krankenversicherung. Warum zahlst du halt Lohnsteuer? Okay, gut, es wird halt irgendwie, ähm, die ganze Infrastruktur dafür aufgebaut, die Züge halt, um in die Arbeit zu kommen, äh, die, was weiß ich, Stromleitungen, Internetleitungen und so weiter. Da wird halt quasi so alles, ähm, ja, halt auch dafür bezahlt, also du zahlst halt Steuern, um arbeiten zu können und du arbeitest, um Steuern zahlen zu können, so gewissermaßen. So, das sehe ich halt irgendwie als, okay, macht Sinn, aber warum zahle ich halt 28% Steuern, wenn ich zwei Klicks effektiv mache, ein bisschen betrieben jetzt, wenn ich effektiv zwei Klicks in zwei Jahren mache, ich beanspruche null der Infrastruktur, ich verursache dabei keine Kosten, ähm, die Kosten, die das Ganze verursacht, sind vielleicht ein Hundertstel Cent oder so, ja, das ist ein bisschen Traffic, wo ich vielleicht, äh, für die, von der Internetleitung brauche. Aber das ist kein Grund dafür, 28% zu nehmen, also, klar, es gibt so manche, die sagen so, ja, aber Solidarität ist Schwachsinn. Also, in meinen Augen ist Solidarität Schwachsinn. Ich meine, wir sehen es mit dem Soli, den es noch immer gibt, der halt auch nie Ostdeutschland finanziert hat, sondern es ist eine Steuer, die halt nicht zweckgebunden sein darf, laut Gesetzen in Deutschland. Es heißt, man hat halt damit, es war halt einfach eine neue Steuer. Jetzt ist Ostdeutschland aufgebaut und die Steuern sind halt noch immer da, effektiv. Es ist halt verrückt. Ähm, auf jeden Fall, ich zahle keine 28% Steuern oder 27% Steuern, ich bin da nicht blöd. Also, ähm, ich meine, das ist halt so, als würde man irgendwie sich selbst entführen lassen und sich dann irgendwie durchnehmen lassen. Das ist halt dumm. Also, wer macht sowas? Das wäre halt blöd. Dann hast du eben auch das Problem in Österreich, was ich so gesehen habe, Lebensmittel 30% teurer, Fleisch doppelt so teuer. Ähm, ich esse viel Fleisch, äh, ja, also, das ist halt wieder, keine Ahnung, wird man mit den Arsch gefickt, effektiv. Ähm, Benzin ist günstiger, dann gibt es noch eine Novast Steuer, ähm, für Autos. Ähm, ich habe es noch immer nicht ganz verstanden, ich glaube, ein Auto mit 5,5 Litern, ähm, NE, wie, NEFZ-Verbrauch? Wie hieß das, NEFZ? Glaube ich, ja. Also, quasi 5,5 Liter Durchschnittsverbrauch laut diesem Testverfahren ist steuerfrei. Jeder weitere Liter, der quasi von diesem Auto verbraucht wird, muss einmalig bei der ersten Anmeldung, und damit eben auch wieder beim Übertrag von Deutschland auf Österreich, versteuert werden mit, und jetzt haltet euch fest, pro Liter Mehrverbrauch 1000 Euro. Jetzt wird es dann irgendwie auch nach Baujahr und so weiter noch irgendwie, äh, unterschieden. Ist mega kompliziert. Ähm, auf jeden Fall, äh, ist krass. Also, angenommen, ihr habt ein SUV mit, äh, 8 Litern Verbrauch, was einerseits viel ist, aber ist es, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall einfach mal 2.500 Euro, vielleicht 3.000 Euro, ist halt los. Äh, geisteskrank. Also, wirklich geisteskrank. Also, in Österreich wirst du wirklich auch gemolken, ist es halt unfassbar. Und Maximalsteuerquote von 50%, beziehungsweise über, also Einkommenssteuer 50%, ähm, und ab einer Million zahlst du sogar 55%. Also, total verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ähm, dann Ungarn, wenig Steuern, 9% Steuern, glaube ich, für Unternehmen, äh, Kryptowährungen sind kommend steuerfrei, äh, eines der, in meinen Augen, besten Länder zum Auswandern. Ähm, sehr sicher, ähm, hast, also, äh, Ungarn lässt ja keine Muslime rein, äh, keine Asylanten, ähm, keine Flüchtlinge von, weißte Gott wo. Ähm, allgemein, eine gute Wahl, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, für Unternehmen, auch für Selbstständige, auch für Rentner, also eigentlich ganz egal, in welches, fast egal, in welcher Situation man ist, eigentlich eine super Wahl. Natürlich, wenn du jetzt in Ungarn selbst arbeitest, dann, hm, nicht so geil. Ähm, also wenn du halt quasi stationär arbeitest, ist halt irgendwie, du bist jetzt, weiß ich nicht, irgendwie, kein Plan. Du gehst jetzt dort im Lidl arbeiten oder so, es wäre halt dumm, das macht ja keinen Sinn. Aber wenn du dich jetzt selbstständig machen willst, zum Beispiel das Handwerk oder so, ist halt auch super. Äh, oder wenn du halt irgendwie digitale Nomade, gut, Nomade bist du halt nicht, wenn du halt quasi online arbeitest, halt, was weiß ich, Online-Marketing, irgendwelche Leute abziehst oder so, oder halt auch was Ordentliches machst, also einen Flives-Server zum Beispiel, wenn du einfach betreibst, ist halt Ungarn einfach ein super Land. Und auch für Krypto-Trading, wie schon erwähnt und so, top Land. Will man halt da leben, boah, es geht. Ich meine, du kriegst halt Häuser wirklich schon ab 19.000 Euro zum Teil. Es sind halt allerdings halt wirklich Häuser, die aus Lehm gebaut sind. Und im ländlichen Raum ist es halt echt dritte Welt zum Teil. Andererseits allerdings, Digitalisierung da ist, haha, jedes Land ist besser digitalisiert als Deutschland. Also auch in Ungarn hast du gute Chancen, dass du einen Gigabit-Anschluss kriegst, obwohl halt die Häuser teilweise noch aus Lehm sind. Die haben teilweise nicht mal Böden drin, die haben Lehmböden zum Teil. Also die ganz, ganz günstigen ist jetzt, äh, versteht sich. Und, ja, so in Deutschland hast du halt so das Gegenteil, so alles halt so, äh, ja, sehr teuer aufgebaut, alles sehr, sehr luxuriös, zumindest im Vergleich. Und dann hast du halt irgendwie, ja, das beste Internet, was du hier kriegst, ist 16k und in den nächsten Jahren kriegst du vielleicht 50k. Und dafür zahlst du dann 60 Euro im Monat oder so ein Scheiß. Also, was du halt da einfach hast und bekommst, ist halt wirklich auch wieder was ganz anderes. Ähm, Steuern, wie gesagt, sind gering. Äh, für Unternehmen ist es einfach, sich da was aufzubauen, ist an sich eine tolle Sache. Ähm, Problem ist halt, ich bin halt Skifahrer und ich will halt, also in Odengarn gibt es ja keine Skigebiete. Es ist halt ein bisschen wärmer. Ähm, in manchen Gebieten gibt es leider viele Mücken. Gerade im Sommer, sehr sumpfig ist es da halt immer wieder. Ähm, muss man mögen, beziehungsweise auch, wie soll man sagen, ähm, muss man sich überlegen. Muss man wirklich schauen, will man das? So, ja. Ähm, und natürlich auch, wo man dann hinzieht, ist auch ein großer Punkt. Ähm, was man gerade nicht sieht, es gibt so eine kleine, so eine kleine Landzunge nach Österreich rein, die ist relativ nah an Wien. Ähm, man kann zum Beispiel auch hier hinziehen, ähm, und dann einfach nach Österreich fahren zum Arbeiten. Das geht halt auch. Oder wenn man halt irgendwie Gesundheitsversorgung braucht, dann fährt man nach Österreich. Weil die sind in Ungarn zum Beispiel auch nicht gut. Ähm, einfach mit einer internationalen Krankenversicherung geht das halt. Und, ähm, ja, das kann ich halt empfehlen. Das ist halt für mich aktuell so eine Option, wo ich halt sage, oder für uns eine Option, wo wir sagen, so, ja, es wäre halt denkbar. Also, ähm, du hast halt das Beste aus beiden Welten effektiv, so. Du wirst halt nicht abgezockt von den Steuern und zahlst halt nicht irgendwie 70, 80 Prozent an den Staat, einerseits, ähm, aber hast du trotzdem, äh, das Gesundheitssystem. Und, ähm, ja, das ist halt auf alle Fälle, äh, schon attraktiv. Also, das ist halt für mich aktuell persönlich so, ist es halt nicht so weit weg. Ich kann halt vielleicht mit einer Stunde Fazit halt zumindest zu annähern Ski fahren. Vielleicht, naja, je nachdem auch ein bisschen länger. Ähm, muss man halt einfach schauen. Ähm, optimal ist es halt auf gar keinen Fall. Das leider nicht, aber es wäre halt eine Option. Was haben wir sonst noch? Äh, das ist hier Karl Leningrad, Polen fällt raus, Tschechien ist nicht geil. Slowak, was ist hier, Slowakei? Slowenien? Slowenien. Da unten ist Slowakei, glaube ich, ist blauer Slowakei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, Italien. Italien, ähm, fangen wir mit dem Besten an. 2,5 Gigabit Leitung für 25 Euro im Monat. Hast du das natürlich nicht überall, aber in den, ähm, zum Beispiel Urlaubsgebieten hast du halt wirklich solche Angebote. Also, da stehst du halt in Deutschland da und denkst dir so, hm, also wir zahlen aktuell für eine 100k Leitung, wo ungefähr 80k ankommt, zahlen wir im Monat 45 Euro. Die haben halt einfach das 25-fache zum halben Preis. Ach ja, und das sind synchrone Leitungen. Also, die haben das gleiche in Upload. Ja, also, das will ich nur mal ganz kurz dazu sagen. Ich habe nur 34 MBit Upload. Und werde auch 40 MBit übrigens versprochen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, da ist auch der Unterschied zwischen 2500 und 34. Also, ja, da sind wir halt mal so um den Faktor, äh, 100 oder fast um den Faktor 100 quasi immer schneller. Und da kommst du in Deutschland halt schon wirklich echt krass verarscht vor. Und das Ding ist halt auch so der Glasfaserausbau in Deutschland, der geht halt nicht voran. Also, bei mir, ich habe nachgeschaut, die nächste Kleinstadt, die ist von mir 15 oder 20 Kilometer entfernt, und da fängt man gerade mal an, Glasfaser auszubauen. Bis das von mir ankommt, vergehen locker 10 Jahre. So, jetzt arbeite ich aber zum Beispiel mit Unreal. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unreal-Projekt downloaden will, zum Beispiel Ancient, Ancient irgendwas, ich habe vergessen, wie das Ding hieß, Ancient, Ancient, oh Gott, ich weiß nicht mehr, egal. Irgendwie 210 GB. Hm, ja, 210 GB. Könnt ihr mal ausrechnen, wie lange man dafür braucht, wenn man mit 10 MB downloadet. Äh, mit 10 MB pro Sekunde downloadet. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es waren 4, 5 Stunden oder so. Das macht keinen Spaß. Und ich meine, du willst ja auch arbeiten und denkst so, okay, ich brauche jetzt irgendwie, so, ja, in diesem Projekt gibt es halt irgendwie, da gibt es irgendwie coole Felsen, ich brauche irgendwie 5 Felsen. Und dann merkst du so, oh fuck, ich muss erst mal so 5 Stunden downloaden, fuck my life. Und so kann man halt auch nicht arbeiten. Ich meine, das ist halt, das geht halt nicht einfach, das ist halt Schwachsinn. Äh, ja, Nachteile, Lebensmittelpreise sind teilweise höher, teilweise niedriger. Ich war mal 2018 im Urlaub, äh, eine kleine, ein kleines Glas Nutella, das waren, was waren das, 100, 200 Gramm, kostet der 11 oder 12 Euro. In Deutschland kriegst du ein halbes Kilo Nutella für 4, 5 Euro. Äh, also zum gleichen Zeitpunkt, zum gleichen Jahr, im gleichen Jahr zumindest. Äh, so, da denk ich mir so, yo, what the fuck. Ähm, Italien ist aber auch wieder sehr viel digitalisierter. Diese Self-Checkout-Kassen gab's schon 2018. Sehr oft zumindest sogar schon. Ähm, Self-Checkout in 2018 in Deutschland. Ich weiß nicht, ob's sowas gab, in größeren Städten, vielleicht. Ähm, wir waren in einer, in einer mittelgroßen Stadt, in einer, ja, kleinen bis mittelgroßen Stadt. Da gab's sowas. Also, wir haben's in unseren kleinen Städten noch immer nicht zum Beispiel. Ich sag nicht, dass es das braucht, aber ich sag's zumindest, dass es halt da gibt. Ähm, und auch allgemein ist es halt da ganz anders. Irgendwie ist es halt, ja, insgesamt ein bisschen besser. Nachteil sind auch die Steuern. Steuern höher als in Österreich, vergleichbar mit Deutschland, ein bisschen niedriger zumindest. Krypto wird leider auch versteuert mit, ich glaub, sogar bis zu 34%. Es ist halt geisteskrank. Ähm, beziehungsweise, fairerweise, das ist, glaub ich, nur, wenn man Mining betreibt, äh, Privatgewinne oder Veräußerungen, glaub ich, sind dann, äh, 26 bis 28%, irgendwie, glaub ich, so. Weiß nicht mehr genau. Ähm, ja. Ja, Dänemark, glaub ich, hat die höchste Steuern der Welt, Belgien, Niederlande, was willst du da? Großbritannien ist, miau dir meine Katze? Ah, ja. Ähm, Großbritannien ist halt woke as fuck geworden. Die sperren irgendwelche Leute ein, die halt Kommentare auf Facebook posten. Ähm, Irland kannst du auch kommend vergessen. Frankreich steht auch, gefühlt, jedes Jahr vom Bürgerkrieg. Spanien ist halt warm und, ja, ist jetzt auch ein bisschen kritisch. Portugal, ähm, meine Katze miaut die ganze Zeit. Ich hab vorher gerade so gesagt, ja, gib mir 15 Minuten, ich muss dir grad mal was aufnehmen. Und jetzt hat wirklich, 20 Minuten später fängt er an zu miauen, das ist halt echt witzig. Ähm, Portugal, interessant, keine Krypto-Steuern, halt nah an Marokko, ähm, Migration, also landen, äh, ja, sicherheitsmäßig, hm. Ähm, und scheiße heiß, ich mein, schau mal an, Äquator ist irgendwo hier so, ist halt nah am Äquator, ist halt scheiße heiß, 40 Grad im Sommer. Ich meine, kann man hin, Steuern, ansonsten, glaube ich, sind halt so, ja, auch eher moderat, würde ich mal sagen, moderat bis hoch. Ähm, nicht unbedingt gerade meine Wahl, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich, wie gesagt, wer jetzt halt die Wärme mag und so, der würde halt sagen, so, boah, Portugal, voll geil und ich mach irgendwie jedes Jahrhundert kein Krypto, so, das ist ja das beste Land, was es gibt irgendwie. Natürlich, klar, go, also, why not? Ähm, wer natürlich jetzt, äh, keine Wintersport machen will und wie gesagt, die Wärme mag und von Krypto profitiert, ja, ab nach Portugal. Also, definitiv, würde ich, würde ich gar nicht mal so krass überlegen. Ähm, muss man sich halt überlegen. Ähm, dann haben wir noch ein anderes Thema Schweiz, ich habe es durchgestrichen, deswegen ist es gerade nicht reingekommen. Ähm, wir schauen aktuell tatsächlich doch sehr intensiv beim Thema Schweiz. Ähm, wir verkaufen unser aktuelles Haus und hätten dann zumindest Geld, ein bisschen kleineres Haus mit weniger Gründen in der Schweiz zu kaufen. Ähm, also wir leben hier in einer der teuersten Regionen in Deutschland, das heißt, ähm, hier ein Haus ist ungefähr genauso teuer wie in der Schweiz. Ich würde sogar sagen, tendenziell zahlen wir bei uns aktuell mehr für Häuser als in der Schweiz. Ich weiß, das klingt total crazy, aber glaub mir, bei uns wird kein Haus unter einer Million Euro verkauft. Und einige davon sind nur halb saniert oder teilweise sogar gar nicht saniert. Ja, ähm, Schweiz. Vor- und Nachteile, keine Steuern auf Krypto, geil. Für Unternehmen auch gut. Ähm, Tendenz, verschlechtert sich. Ähm, dann gibt es natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel Mietwerk. Äh, Mietwert. Ähm, das bedeutet, wenn du ein Haus in der Schweiz gekauft hast, zahlst du keine Miete. Ja, aber es gibt ein Gesetz von 1934, ähm, damals zur Finanzierung des Krieges, by the way, ähm, welches wie gesagt, man muss 70% des theoretischen Mietwerts nehmen und das mit der persönlichen Einkommensteuer versteuern. Das ist in der Schweiz zwischen 22 und 38%, das heißt, angenommen, du hast ein Haus, ähm, wofür du eine theoretische Miete für 3000 Schweizer Franken zahlen müsstest, dann wären 70% davon 2100 Franken und davon musst du quasi 22 bis 38% zahlen, das wären dann zwischen, äh, ich glaube 480 Franken bis 800 Franken. Ist nicht geil. Ist ein großer Nachteil, das ist wie gesagt abhängig vom Kanton, ähm, je nach Kanton zahlst du eben 22 oder mehr oder halt eben bis zu 38%. Ich meine, mit den knapp 500 Euro, äh, 500 Franken könnte man unter Umständen gerade noch so leben, geil ist es halt nicht, wirklich nicht. Ich meine, du zahlst insgesamt halt viel weniger Steuern als in Deutschland, wie gesagt, Einkommenssteuer, ähm, im günstigsten Kanton nur 22%, in Deutschland hast du bis zu 42%, oder 45%, glaube ich sogar. Ähm, ähm, naja, nicht so schlecht, also das Paket zumindest ist nicht so schlecht. Also Miete ist halt in der Schweiz unbezahlbar, wenn ihr euch keine Wohnung leisten könnt, vergesst es, ihr zahlt 2, 3, 4.000 oder sogar mehr Franken jeden Monat. Also, wenn du da mal reinschaust, das siehst du auch irgendwie, ähm, Mieten teilweise für 8.000 Franken im Monat, also das sind wirklich, es sind kranke Werte. Ähm, Lebensmittel in der Schweiz sind dreimal, zweimal, dreimal sind teuer irgendwie, je nachdem. Ähm, gut, statistisch 50% mehr, aber ich weiß es nicht so recht, kann ich jetzt nicht wirklich glauben. So, Katz ist raus, genau. Ähm, ja, man könnte natürlich jetzt an der Grenze zu Deutschland wohnen, ähm, und dann günstig einkaufen, damit hättest du halt einfach auch schon mal den Kostenfaktor weg. Ähm, ja, es gibt eine Vermögensteuer ab einem Millionen Franken Vermögen. Ähm, ist sehr kritisch, denn damit kann es halt mal sein, wenn du halt irgendwie eine Million Franken hast, musst du halt plötzlich so 20.000 Franken jedes Jahr in den Staat abdrücken und Immobilien gehören da rein. Das heißt, wenn du jetzt ein Haus hast, welches eine Million Franken kostet, äh, kacke. Und, naja, ähm, natürlich gibt es vielleicht auch da Steuermodelle, wo man das Ganze umgehen kann, aber, äh. Ähm, ist halt wieder viel Kopfschmerzen einfach. Das muss man sich halt irgendwie überlegen. Ich meine, gibt es auch da wieder verschiedene, ähm, Steuersätze, je nach Kanton. 0,13, glaube ich, ist der günstigste pro Jahr. 0,13 von der Million, wie sind das? Äh, 1.300, oder? 3,300, 3,300, äh, ich glaube, 1.300, ja. Genau. Und ich glaube, irgendwie 2,2 Prozent, also, glaube ich, war das Maximum, oder ich weiß es nicht mehr genau. Oder 1, irgendwas Prozent, keine Ahnung. Ähm, ich meine, es hält sich in Grenzen so, natürlich. Also, bei einer Millionzeit ist es, glaube ich, noch nicht so viel. Ich müsste nachlesen, es ist ein bisschen ein Halbwissen. Ähm, so, ich habe gerade nochmal nachgelesen. Ähm, ja, es ist tatsächlich relativ wenig. Ähm, also, die meisten, oder fast alle, haben weniger als 1 Prozent. Ähm, Wart hat 0,3 bis 7,9 Prozent. Das ist der einzige Ausreise. Die anderen sind halt so bei 0,1 bis 0,5 Prozent etwa irgendwo. Ähm, also, natürlich ist es halt nicht gerade so sehr geil. Muss man sich überlegen, ja. Ähm, genau, runterfällt Bargeld, Bankkonten, Wertschriften, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Grundstücke, Fahrzeuge, Pferde, Vieh, Sammlungen, Kunst oder Schmuck. Von Häusern steht jetzt hier aktuell nichts. Ähm, interessant ist ja auch, dass die Vermögensteuer unterschiedlich behandelt wird. In Bern zählt die schon ab 100.000. In Zürich ab den ersten 80.000. Also, das ist, ähm, das ist eine Sache, die muss man sich überlegen, die muss man sich gut einlesen. Ähm, aber ich denke mal, keiner wandert jetzt irgendwie aufgrund von einem Video aus. Wäre jetzt, glaube ich, blöd. Also, ja, Schweiz ist halt aktuell noch so ein Land, welches auch einigermaßen demokratisch ist, ähm, einigermaßen frei ist, äh, wo die Leute halt ihr eigenes Schicksal wählen, oder ihren eigenen Henker wählen, je nachdem. Ähm, oder besser gesagt, nicht ihren eigenen Henker wählen, wie in Deutschland oder in anderen Ländern. Ähm, Schweiz ist halt das einzige effektiv demokratische Land, was auf der Welt existiert. Der Rest ist halt effektiv was anderes. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ähm, also ja, Schweiz ist ein Hot Take. Ähm, muss man sich überlegen. Ist schwierig, ist kritisch. Ja, die Schweiz ist nicht gerade aufgeschlossen gegenüber mehr und mehr deutschen Einwanderern. Ähm, mal so, mal so. Also, ist, muss man sich überlegen. Muss ich wirklich sagen, muss man sich überlegen, muss man sich anschauen. Glaube ich, muss man auch wirklich dann mehrmals gewesen sein, um das Ganze halt sich dann, ähm, ja, besser halt überlegen zu können, auf alle Fälle. Ja, Finnland ist halt wirklich, wie gesagt, schon dieses Ding halt für Skifahrer und so. Das ist halt cool. Ich meine, es ist halt scheiße kalt. Es ist halt, gibt viele Skipisten. Allerdings, das sind eben eher weiter oben dann wieder. Äh, Ruka, äh, zum Beispiel ist ein Skigebiet. Da gibt's jedes Jahr das Lichterfest. Das ist halt mega geil. Also, da beleuchten ja das komplette Skigebiet in der Nacht und halt irgendwie für zwei Wochen, glaube ich, äh, in verschiedenen Farben. Halt so einen grünlichen Farben oder halt so einen lila, äh, pink irgendwie. Und schaut mega krass aus. Müsst ihr mal anschauen. Gebt mal auf YouTube ein, ähm, ähm, Finnland Ruka oder, 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 oder Ski Ruka oder so. Oder Light Festival oder Guka oder irgendwie so bei so einer Art. Ähm, ist krass. Ist wirklich, wirklich krass. Sieht wirklich sehr geil aus. Du hast auch Polarlichter. Lebensqualität ist 10 von 10. Besser geht eigentlich fast gar nicht mehr. Vorausgesetzt man mag die Kälte. Ähm, ja, du hast bis zu 200 Tage Winter im Jahr. Ist natürlich krass. Äh, müsste man mögen, wie schon erwähnt. Ähm, ja, Krypto ist der große Nachteil. Die Einkommensteuer ist geringer als in Deutschland. Also tatsächlich muss ich sagen, so, man hört immer so, ah, ja, hier, das sind die sozialistischen Staaten, so, die haben alle irgendwie 500% Steuern. Finnland ist gar nicht so dramatisch. Es ist, natürlich, es ist, es ist schon, ist es nicht günstig. Also, lass mich nachschauen. Vermögen, äh, Einkommensteuer, Finnland. So, du hast, ähm, ja, also effektiv würde ich jetzt mal sagen. Es ist roundabout so wie in Deutschland. Allerdings, die, ähm, Einkommen sind ein bisschen höher, ab, äh, bis dann die höheren Steuersätze greifen. Also, Maximalsteuersatz von 44,5% ist halt wie in Deutschland ungefähr. 45% sind in Deutschland. Ähm, allerdings bis 78.500 Euro zahlst du halt nur 34,5%. Was ein großer Unterschied ist zu Deutschland, da zahlst du nämlich dann schon, äh, glaube ich, mehr. Und, genau, steuerfrei wurde, gibt es leider gar keine. Ja, das ist ein Nachteil. Muss man sich halt überlegen. Genau, Körperschaftssteuer, 20% in Finnland. Muss man sich halt auch überlegen. Sozialversicherungsbeiträge, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung betragen 7,15% beziehungsweise 1,25% des Jahresankommens, also sagen wir so 9% etwa. Geht halt. Ist nicht so schlecht. Ist wirklich nicht so schlecht. Ähm, ja. Krypto. Krypto ist, Krypto ist mies. Ähm, ich hab's gerade nicht mehr genau im Kopf, ich google mal kurz nach. Ähm, also es war, war auch wieder, war viel, ähm, nicht schön. Nicht schön, wirklich nicht schön. Ähm, hier krypto-steuern.info sagt Bewertung unterirdisch. Ähm, es sind die höchsten Steuern auf Mining und Trading. Das ist der allergrößte Nachteil beim Thema Krypto. Ja. Also, was lernen wir daraus? Genau, der Steuersatz beträgt hier zwischen 30 und 34%. 30 bis 34% Steuern. Damit fällt für den Land halt komplett raus. 30 bis 34% ist halt Abzocke des Todes. Und damit ist auch schon wieder schwierig. Also Belgien hätte theoretisch auch keine Steuern auf Krypto. Übrigens, obwohl es auch ein Hochsteuerland ist. Georgien ist noch in einem Land, ähm, ich sag jetzt einmal, da will ein Kumpel von mir auswandern. Ich sag jetzt mal keine Namen, ich glaube, das ist halt nicht geil. Ähm, keine Steuern auf Krypto. Generell sehr geringe Steuern, ähm, auf alles Weitere. Ähm, also es ist im Prinzip wie Ungarn. Ähm, wie war denn das Ganze gerade? Ich glaube, Ungarn hat allerdings eine 15%ige Steuer auf Aktiengewinne. Georgien, glaube ich, hat 0%. Oder ganz, ganz wenig. Wobei man sagen muss, 15% sind auch okay, würde ich sagen. Ja, also mit 15% könnte ich mich zufrieden geben bei Aktien. Ähm, Schweiz, glaube ich, soweit ich es verstanden habe. Achtung, ich bin Laie. Krypto, also es gibt, glaube ich, keine Kapitalentragsteuer in der Schweiz. Das heißt, für mich persönlich, mein Verständnis, Kryptotrading steuerfrei. Das habe ich nachgelesen, das weiß ich. Und Aktiengewinne, so wie es ich verstehe, sind ebenfalls steuerfrei. Genau, muss man dazu sagen. Ähm, unten, wie gesagt, mit 15% bei Aktien, 0% bei Krypto. Georgien mit 0% bei Beidem, soweit ich das Ganze weiß. Ähm, Mauritius, das sind halt diese Inseln, die sind halt krass. Mauritius ist halt auch ein sehr guter Standpunkt. Ähm, allerdings Häuser sind eher ein bisschen teurer. Also, ja gut, ich habe gehört, irgendwie eine Villa für 52.000. Ähm, wenn es am Strand ist, dann ungefähr das Doppel der 500.000. Ähm, ich habe nachgeschaut, ich sehe nur Häuser von mehreren Millionen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht schaue ich falsch oder so. Ähm, das heißt, es hat irgendwie auch zu bestimmten Zeiten halt einen Taifun geben. Temperaturen 20 bis 30 Grad ist halt okay. Es ist halt relativ weit Richtung Südpol unten. Ja, ähm, ist halt weit weg. Amazon-Lieferkosten 50 Euro angeblich. So, es geht halt okay, was cool ist, aber, ja. Und es ist halt eine Insel. Wenn halt mal irgendwas ist, du kommst halt nicht runter. Also, ja, hm, ist halt Englischsprachig, was cool ist einerseits. Ähm, Steuern sind halt durch die Bank sehr niedrig, was auch cool ist. Lebensunterhalt ist sehr, sehr günstig auch. Ähm, bis auf importierte Waren halt, ja. Also, wenn du es halt, angenommen, deine Grafikkarte ist verreckt. Hm, unpraktisch. So, klar, es gibt schon, ich meine, leben irgendwie auch 2 Millionen Menschen, glaube ich, drauf. Es gibt natürlich schon alles, was man braucht. Aber es ist halt importiert. Und Import ist halt immer teuer. Das muss man sich halt überlegen. Ähm, ja, Internet ist scheinbar gut. 4 Unterseekabel haben die in jede Richtung einmal. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob die ein Unterseekabel in den Südpol gelegt haben. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht wollen die Pinguine auch irgendwie kommunizieren oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ist ein Punkt, wo man sich überlegen könnte. Jetzt machen wir mal schnell weiter. Bahamas, zu teuer zum Leben, kann man durchstreichen. Costa Rica ist ein cooles Land. Kriminalität ist ein bisschen gestiegen. Relativ stark gestiegen sogar angeblich. Ähm, sehr viele Mücken. Sehr, sehr, sehr viele Mücken, leider. Ähm, das Klima ist sehr feucht, sehr warm. Ja, muss man auch leben, äh, auch mögen. Also, das ist halt immer, eigentlich wie in Mauritius, das ist so zwischen 20 und 30 Grad. Ähm, ja, die Bevölkerung ist halt eher arm. Ähm, Essenspreise sind dann wieder auch sehr hoch. Ähm, und mit Armut kommt natürlich dann auch einfach die Kriminalität daher. Und das muss man sich halt überlegen. Ähm, also, ich meine, die Kostarikaner sind an sich nette Leute. Ähm, es ist cooler zu leben, glaube ich. Ähm, vor allem, wenn man halt irgendwie surfen will oder so, ist es halt wirklich ein Megaspot einfach. Ähm, äh, genau. Auf Auslandsgewinne werden gar keine Steuern erhoben. Ähm, Krypto, glaube ich, ist auch... Ich glaube, ja, Krypto war komplett steuerfrei. Äh, genauso wie eins drunter Panama. Ich meine, Panama, die Steueruhrer, also, glaube ich, kennt jeder. Ähm, ja. Lebt sich da übrigens angeblich relativ günstig, je nachdem. Also Häuser, glaube ich, sind auch wieder... Also Mieten und Häuser sind, glaube ich, teuer. Ähm, der Rest ist günstig. Aber muss man sich, ähm, genau anschauen, wenn man das Ganze will. Ja, Alaska habe ich mal so Spaß aus halber einem, äh, angemalt. Ähm, kommt nicht wirklich in Frage. Und da gibt es noch solche Länder wie Estland, Letzland, Litauen. Ich glaube, hier sind die Steuern niedrig. Ich glaube, Krypto-Steuern sind auch niedrig. Es ist halt direkt neben Russland. Ähm, oder Weißrussland, je nachdem. Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist, da hinzuziehen. Auch Georgien ist halt direkt neben Russland. Also Georgien, viele spekulieren halt, dass das halt die nächste Kampagne der Russen wird. Ähm, ähm, tja. Muss es jeder für sich wissen. Ähm, ein Haus würde ich da keins kaufen, glaube ich. Miete bestimmt, klar. Ähm, und mit der Familie würde ich da auch nicht hin. Also das Gesundheitssystem in Georgien ist scheinbar auch nicht gut. Es gibt ein privatisiertes Gesundheitssystem, was besser ist. Aber Georgisch ist halt irgendwie, also die Sprache ist ultraschwer. Man könnte halt auch Russisch sprechen, aber es hat auch noch, es hat genauso krass halt. Ich glaube, Griechisch? Nee, 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 nee. Es ist so ähnlich wie Griechisch, glaube ich. Aber es ist, also sprachlich ist es ein Albtraum. Ähm, ja, es ist halt neben Russland. Und mit der Family ist es halt, glaube ich, nichts. Also gerade wenn halt irgendwie jetzt, äh, wenn die Familienmitglieder schon älter sind, öfter mal zum Arzt müssen. Du brauchst halt den Dolmetscher oder... Keine Option in meinen Augen. Also, wenn man allein auswandern will, dann glaube ich, ist es cool und so. Und wenn man halt kein Haus kaufen will, dann go for it. Aber, naja. Ja, und wie gesagt, das sind halt dann... Ich meine, klar ist es natürlich NATO einerseits hier, aber... Es gibt zumindest ja genug Leute, die halt sehr viel Angst machen bezüglich dem Ganzen hier. Ähm, also ich bin der Meinung, Russland wird niemals die NATO angreifen. Das wird einfach Selbstmord. Andererseits muss man auch sagen, die USA wird halt niemals diese Länder verteidigen, wenn die Gefahr ist, dass sie auch nur eine einzige Atomrakete dafür fressen. Es ist halt die USA. Die USA interessiert sich für die USA. So, wisst ihr. Ich glaube, selbst wenn man hier einmal einen Strich durchzieht, also selbst wenn ganz Osteuropa eingenommen werden würde, ich glaube, die Amis würden noch immer chillen. Ja, weil die Amis wollen halt eigentlich keinen starken Gegner bekämpfen. Und ich meine, Russland so... Ich meine, keine Ahnung, überall hier irgendwie auf diesem riesigen Gebiet können halt irgendwie, ähm, ja, Raketenbunke halt sein, wo halt irgendwie Atomraketen startet. Also man muss es hier mal überlegen, so über dieses ganze Gebiet hier verteilt sind 5000 Atomraketen verteilt. Und jetzt bist du die USA und denkst dir so, okay, du musst jede einzelne davon treffen, weil wenn das Ding in Luft ist, kannst du nicht mehr abfangen. Und will man jetzt halt dann irgendwie Sonnenkrieg anfangen und sagt mir halt so, ja, YOLO, Scheiße auf Polen, Tschechien, Ukraine, Litauen, Lettland, den ganzen Scheiß. Wir machen einfach einen Pakt, so, ja, lass uns Westeuropa in Ruhe und nehm dafür den Rest und haltet die Fresse, so nach dem Motto. Und das ist halt meiner Meinung nach, das ist halt das, was NATO bedeutet, effektiv. Es ist halt, ja, North American Treaty Organization und kein European Treaty Organization. Ja, die NATO ist dafür, nordamerikanische Interessen zu vertreten und keine europäischen. Also, im Falle von einem Krieg, glaube ich, ist man hier verloren. Diese Länder, da ist man, glaube ich, verloren. Ungarn könnte auch schon kritisch sein, aber man hat, glaube ich, dann genug Zeit, um abzuhauen. Und ich meine, in Ungarn kosten die Häuser nicht viel, wenn man halt dann irgendwie so ein Haus da verlieren würde. Ja, es wäre extrem schmerzhaft, aber es wäre halt kein Totalverlust. Also, wenn du halt in Deutschland ein Haus verkaufst für, weiß nicht, eine Million, 700.000, 500.000 und du kaufst eins in Ungarn für 100.000 oder 200.000, dann bist du halt trotzdem nicht broke, wenn es passieren würde. Und man muss dazu sagen, wie hoch ist die Chance? 10 Prozent, 5 Prozent? Ähm, ja, muss man sich dann eben verrechnen. Ähm, was haben wir sonst noch? Unten ist es halt warm. Warm und arm, teilweise auch teuer. Bulgarien ist, glaube ich, günstiger. Kroatien ist günstiger. Griechenland würde ich auf keinen Fall gehen. Ähm, 2008 die große Enteignungswelle von Sparren. Ähm, ja. Ja, da hast du den ganzen religiösen Fanatiker, da kommen die Kommunisten. Ja, das ist halt, weiß ich nicht. Ja, da hast du den ganzen Afrikaner. Ja, da hast du auch irgendwie Sozialisten im Staat. Neuseeland, ja. Ja, ist halt weit weg. Ich meine, du bist halt im Arsch der Welt. Du bist halt wirklich im Arsch der Welt. Also, ich meine, wenn du die Karte zusammenglappst, dann hast du halt effektiv die Arschritze da oder halt die Arschbacken da. Also, du bist halt wirklich im Arsch der Welt, effektiv. Ähm. Ja, ist geil. Das kann man machen. Ist eine geile Location. Du kannst auch Skifahren, glaube ich, und so. Und, ähm. Ja. Also, da ist Südkorea, ist halt teuer. Japan ist teuer. Und es sind halt alles so überstreng und alles und so. Taiwan wäre noch cool. Ist halt das höchste entwickelte Land, glaube ich, der Welt aktuell so. Ähm. Aber da hast du die Kommunisten, die halt da hinwollen. Und das ist halt auch kacke. Äh. Vietnam. Ja, kein Plan. Das ist auch direkt neben den Kommunisten. Ja, weiß ich nicht. Philippinen, das ist ganz ein Fly-Spieler. Da bist du ja auch nicht hin. Haben wir auch genug irgendwie. Malaysia, ja. Sri Lanka. Seychelles. Das ist halt auch wieder so eine Steueroase. Muss man halt mögen. Also Inseln. Man muss sich halt überlegen, mag man halt überhaupt auf einer Insel. Das ist halt. Das hat halt Vor- und Nachteile. Das ist halt schwierig. Was haben wir sonst noch? Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, die Inseln sind natürlich generell immer ein bisschen interessanter. Hawaii ist unbezahlbar, by the way. Falls euch gerade überlegt, so. Hawaii wäre doch cool. Nee, ist unbezahlbar. Ja. Genau. Da unten weiß ich nicht, das ist ein Teil von Frankreich, Großbritannien. Irgendwelche Überbleibsel der Kolonialzeit sind das hier scheinbar. Ja. Schreibt mir gerne eure Meinung. Ach ja, Island. Island wäre auch cool. Aber halt auch wieder teuer. Sehr teuer sogar. Ja, danke fürs Zuschauen.